Der SV Atlas Delmenhorst war ein Sportverein aus Delmenhorst. Er bestand zwischen 1973 und 2002 und erlangte hauptsächlich durch seine Fußballabteilung Bekanntheit. Im April 2012 wurde ein neuer Verein gleichen Namens gegründet. Geschichte Im Jahre 1972 verhandelten die lokalen Fußballvereine SSV FC Roland zum wiederholten Mal über die Fusion. Die Mitglieder des SSV stimmten dieses Mal dafür, während die Roland-Mitglieder dagegen waren. Der Vorstand des SSV begann daraufhin mit Fusionsverhandlungen mit dem TV-Jahren. Der Baumaschinenhersteller Atlas Weihhausen regte daraufhin eine Großfusion an und bot große finanzielle Unterstützung an. Am 13. Juli 1973 fusionierten schließlich der SSV, der FC Roland und der Handballverein VSK Bungerhof zu Atlas Delmenhorst. Der von Atlas gestellte Manager Peter Thies verpflichtete mit Günther Bernhard, Heinz-Dieter Hasebrink und Trumpfherler drei Ex-Profis und entfachte in Delmenhorst eine große Fußballbegeisterung. Zum Auftaktspiel gegen Falke Steinfeld kamen 2000 Zuschauer. Zuvor spielten der SSV und der FC Roland vor mehr als 200 Gesten. Nach Platz 4 in der ersten Saison gelang ein Jahr später mit 58 zu 2 Punkten die Meisterschaft der Verbandsliga West. Das Spiel gegen Steinfeld sahen über 5000 Zuschauer. In der Aufstiegsrunde zur Landesliga Niedersachsen gelang nach einem 5 zu 1 gegen den Lüneburger SK der Aufstieg. Nach dem Klassensprung kamen weitere Ex-Profis wie Günther Selke, Radbruch, Edgar Nubs und Schmidt nach Delmenhorst. Während Ex-Nationalspieler Erich Henel das Traineramt übernahm. Mit einem Zuschauerschnitt von 4000 sorgte die Mannschaft auch im niedersächsischen Oberhaus für Furore und sicherten sich nach einem Entscheidungsspielsieg über die Amateure von Hannover 96 die Meisterschaft. In der Aufstiegsrunde gelang der Sprung in die drittklassige Oberliga Nord. Dort geriet der Aufschwung in Stocken. Nach Platz 6 in der Aufstiegssaison 1976-77 still musste die Mannschaft ein Jahr später lange um den Klasse-Erhalt kämpfen. Im Jahre 1979 übernahm Bernd Hohles das Traineramt und brachte Uwe Erkenbrecher sowie fünf britische Spieler an die Delme. Dort setzte sich die Mannschaft in der Spitzengruppe fest. Am 2. Dezember 1979 sahen 15.470 Zuschauer das 1 zu 1 zwischen dem VfB Oldenburg und Atlas Delmenhorst, was bis 1987 ein Ligarekord war. Eine 1 zu 2 Niederlage bei den Amateuren von Werder Bremen ließ die Atlas-Mannschaft auf Platz 4 abrutschen. In der Saison 1981-81 erreichten die Delmenhorster das Achtelfinale des DFB-Pokals, in dem die Mannschaft mit 1 zu 6 bei Borussia Mönchengladbach unterlag. Auf dem Weg ins Achtelfinale konnte man sich unter anderem gegen Rot-Weiß Oberhausen und Kickers Offenbach durchsetzen. Hingegen rutschte die Mannschaft in der Oberliga Nord immer mehr ins Mittelfeld der Tabelle ab, was mit stark rückläufigen Zuschauerzahlen einherging. 1983 stieg Atlas aus der Oberliga ab. Der direkte Wiederaufstieg wurde aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Altona 93 verpasst. Erst 1986 gelang im zweiten Anlauf der Wiederaufstieg in die Oberliga Nord. Schon zwei Jahre später ging es wieder zurück in die Verbandsliga Niedersachsen. Mit 8 zu 60 Punkten belegte man den letzten Rang und verlor sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2.10 Uhr. Nur mit großer Mühe konnte in der Verbandsliga ein weiterer Abstieg verhindert werden. Im Jahre 1992 verpasste die Mannschaft durch ein 1 zu 1 gegen den TUS-Esens die Verbandsliga-Meisterschaft. Der mögliche Aufstieg in die Oberliga Nord wurde durch eine 0 zu 1 Niederlage gegen den VfL 93 Hamburg jedoch verpasst. Zwei Jahre später qualifizierte sich Atlas für die neu geschaffene Oberliga Niedersachsen – Bremen. Als Vizemeister hinter dem BV Kloppenburg stieg Atlas im Jahre 1995 in die damals drittklassige Regionalliga Nord auf. Dort trug Hakan Cengiz, der mit ein und 20 Toren Torschützenkönig der Regionalliga Nord wurde, erheblich zum Klassenerhalt in der Saison 1995-96. bei. Auch in der folgenden Spielzeit konnte nur knapp die Klasse erhalten werden. Nachdem sämtliche Leistungsträger den Verein verließen, erfolgte in der Saison 1997-98. der Abstieg. Zeitgleich geriet Sponsor Wallhausen in finanzielle Schwierigkeiten. Nachdem das Unternehmen an eine Münchner Beteiligungsgesellschaft verkauft wurde, drehte diese dem Verein den Geldhahn zu. Als Konsequenz verkündete die Vereinsführung am 11. Mai 1999 den Rückzug aus der Oberliga zum Saisonende. Präsident Ohmert setzte daraufhin eine Umbenennung in blau-gelb Delmenhorst durch die wieder rückgängig gemacht werden musste, weil sie nicht die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder erhielt. Schließlich wurde aus dem SV Atlas der Delmenhorster Sportklub. Dieser spielte noch zwei Jahre im Mittelfeld der Niedersachsen-Liga West-Ehe er in der Saison 2001-02 aus dieser Abstieg. Es folgte eine Insolvenz sowie die Streichung des Vereins aus dem Vereinsregister. Mit Eintracht Delmenhorst wurde ein neuer Verein gegründet, um die Jugendabteilung des DSC aufzufangen. Sportlich kam die Eintracht nie über die Kreisliga Oldenburg-Land hinaus. Am 4. April 2012 wurde der SV Atlas in der Gaststätte Jan Habstedt neu gegründet. Zur Saison 2012-2013 übernahm die erste Herrenmannschaft den Platz des einstigen Nachfolgevereins Eintracht in der 1. Kreisklasse Oldenburg-Land. Eintracht hatte kurz zuvor die Fußballabteilung ausgegliedert, um diesen Schritt zu ermöglichen. Am 26. Mai 2013 konnte der SV Atlas die Wietzen-Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen. Am 14. Juni 2014 gelang dem SV Atlas im Wilhelmshavener Jade-Stadion durch einen 3-0-Sieg gegen Frisia Wilhelmshaven der Aufstieg in die Bezirksliga. Und somit der zweite Aufstieg im zweiten Jahr nach Neugründung. Auch in der Bezirksliga spielten die Delmenhorster um die Meisterschaft mit. Am letzten Spieltag musste Atlas zum VfL-Witterkind Wildeshausen, die einen Punktvorsprung hatten. Delmenhorst ging in der 74. Minute in Führung, musste jedoch sechs Minuten später den Ausgleich hinnehmen und wurde schließlich Vizemeister. Mit 4000 Zuschauern im Wildeshauser Stadion wurde ein neuer deutscher Rekord für ein Bezirksligaspiel aufgestellt. In der folgenden Saison 2015-16 konnte bereits vier Spieltage vor Saisonende durch einen 5-0-Sieg gegen G.V. Oldenburg der Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht werden. Erfolge Niedersachsenmeister 1976-1984-1986 Heimspielstätte Die Fußballabteilung trug ihre Heimspiele im städtischen Stadion an der düstern Ortsstraße aus. Das Stadion hat eine Kapazität für ca. 12.000 Zuschauer, davon 900 Sitzplätze. Der Sportpark wurde bereits während des Zweiten Weltkrieges erbaut und besteht noch heute. Mitte der 90er Jahre diente das Stadion in einer Folge der ARD-Serie nicht von schlechten Eltern als Kulisse. Heutzutage nutzen mehrere Delmenhorster Vereine das Sportgelände.